Wir haben eine Fraktionsmotion zur Regulierung des Milchmarktes eingereicht. Wir haben vor allem gefordert, dass man die Menge von der Branchenorganisation Milch regulieren muss. Und dass der Bundesrat die Allgemeinverbindlichkeit auf die Beschlüsse erklären muss. Und genau das hat dann auch die Bundesrätin Leuthard uns versprochen umzusetzen. Und da sind wir jetzt wirklich auf gutem Weg auch. Wir konnten dann die Emotion zurückziehen, weil sie erfüllt worden ist.